Silber habe ich noch genug das Eisen Eisen ist das Problem Eisen und Kupfer wenn man das nicht hat, hat man verloren früher war noch Zinn ein großes Problem aber das ist es ja inzwischen nicht mehr Uranium ich nehme mein Uranium einfach mit denn wer weiß vielleicht baue ich mir ja ein Atomkraftwerk obwohl ich das am Anfang gesagt habe ich mache es nicht denn ich merke wie viel Energie ich brauche und das Atomkraftwerk ist eigentlich eine gute Antwort auf den Energiehunger meiner Maschine glaube ich zumindest und ich hoffe kann ich einmal nachgucken zack Maschine Generators Nuklearreaktor yeah das Spiel ist abgestürzt natürlich ach nein es ist gar nicht gut ich gucke es nachher ich gucke es nachher immer schön essen zack zack gold braucht man zwar nicht kann man sich aber mal geben so zack und weiter da einer zweite dritte vierte fünfte sechste oder ja das wird reichen hoffe ich zumindest so cool wie man die eigenen Schritte hört und hoch ab zur Zivilisation da ging es weiter wir brauchen die Zivilisation um uns weiter anständig zu benehmen ja wie voll ist das wieder was macht die eigentlich da unten so viel die hat nur noch 14 die arbeitet aber trotzdem weiter ohne Ende das ist heftig aufgeteilt brauch ich nicht unbedingt und schon wieder boah nein was wagst du in deinem Haus zu kommen Skelett ist dir nicht gestattet worden ist wahrscheinlich von hier oben runter gefallen huhu scheiße habe ich jetzt überhaupt meine Uhr wieder loslaufen lassen ja gut wir haben noch drei Minuten das Ding steht wieder weil es zu viel nein das kommt nicht da rein so äh hier kommen noch ein, zwei, drei vier Diamanten rein nein drei drei Diamanten jetzt kommen da rein ich brauche eigentlich eine neue Kiste mal ich tue die Ärzte einfach hier unten rein dafür habe ich ja die Kiste eigentlich gebaut äh ja creeper zombie head schlafen gehen es heißt schlafen gehen ich muss schlafen gehen ja ich muss schlafen gehen denn ich muss schlafen gehen warum ich schlafen gehen muss weiß ich selber nicht aber ich muss es halt denn ich bin ein böser Wiesch äh wie schön es doch alles ist wenn man so Probleme hat so simple Probleme wie das beschafft von Diamanten eins, zwei, drei, vier und damit haben wir auch das was wir brauchen und zwar brauchen wir warte mal ich habe jetzt alles aus diesem Maschinen Casing ok und sechs Glasfiber ich brauche noch mehr Diamanten warte vier, drei ich brauche noch einen Diamanten mal wieder dann hole ich mir dann nachher mal ich brauche dafür Silverdust genau und ich brauche Sand mal wieder Sand aber wenn wir hier noch Sand nehmen da Sand perfekt schönes Sand das kommt jetzt hier rein das wird dann gebrannt die Sand äh da 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 Silver sechs Stück perfekt das kommt jetzt in den Macerade sobald der fertig ja ist schon gut ist ja schon gut ich hole noch unten ich mache noch diese Silver zu Ende die arbeitet da unten noch immer das ist heftigst ich möchte noch diese Teile heute in dieser Folge, in dieser Aufnahme ich hab hier auch genügend 20 Blocks kommt nicht hin also ich jetzt schon naja das ist schwer, das ist irgendwie schon geil um so so propre du ziehst du auch ab du ziehst du auch ab Und jetzt musst du noch abkühlen Bitte Schneller Ja, ich überziehe Maßlos Auf jeden Fall Ist ja nicht schlimm Seht ihr mehr Da Du kommst wieder hier rein Du kommst weg Und Ach ja Braucht mir noch etwas von dem Dust So Haben wir 18 von Ich glaube das reicht Für Hier Drei Stück Oh nein Wir brauchen das andere Glas Glas Okay Dann würde ich sagen Nein Ich hole mir das Glas noch Ich hole mir das Glas noch Sonst weiß ich genau Dass ich es vergessen werde Her mit der Schaufel Her mit der Schaufel Das wird nämlich Ziemlich bescheuert Wenn ich es vergesse Ich brauche Ähm 64 Stück Soweit ich weiß Ja habe ich jetzt auf jeden Fall Flink Flink Kleine Minecraft Figur Flink Ins Verderben So Ab Die in den Fierens Die da rein Und Ja Äh Eins wollte ich noch machen Und zwar Guck mal Wie gut ich landen kann So Jetzt 21 Stunden noch Super Bis dahin Sollte ich mit dem Let's Play durch sein Hoffe ich Zumindest mal Aber Wenn nicht Egal So Bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal